Hey ihr Schnuffelmäuse! Ich wollte mich doch noch mal melden und mich bedanken für diese wahnsinnig warmen, tollen und lieben Worte, Kommentare und Nachrichten, die mich erreicht haben. Das bedeutet mir auch, jetzt kriege ich Fippie in die Augen. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und das zeigt mir doch, dass es tolle Menschen da draußen gibt. Vielen, vielen Dank und ja, und wundert euch nicht, dass ich jetzt irgendwie wieder kurze Haare habe. Es ist tatsächlich ein Fiffi, dieser tolle Kurzhaarschnitt. Denn, guck, meine eigenen Haare sind noch da drunter, yay! Nur die muss man zart behandeln, Lockenstaff und Schab und Glätteisen, nu nu nu, sonst hat man gleich ein bisschen Haare in der Hand und das wollen wir ja nicht. Ich finde ja, dass die gute Kühlkappe funktioniert. So viel dazu. So, jetzt muss ich ganz schnell, bevor ich ja anfange zu flenden und das Make-up verwischt, raus ins Studio, weil ich wieder bei HFE meine eigene Kollektion präsentieren darf. Wie schön, wenn man in meiner Situation so einen Support bekommt und gleichzeitig auch noch arbeiten darf. Das ist auch Teil einer tollen Therapie. So, und wie euch, erinnert euch jetzt nochmal Vorsorge und sendet euch ein Füßchen. Mua! Mua!